Trustmarks und warum Sie mit Trustmarks auf Ihrer Webseite mehr Geld verdienen können. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der Rienemag, Sie schauen, Webseitemarketing.ch. Trustmarks sind Elemente auf Ihrer Webseite. Das können bei einem Shop beispielsweise Gütesiegel sein, auf einer Seite im B2B-Bereich, im Dienstleister, können das beispielsweise Referenzen sein. Ich habe ein paar Seiten aufgemacht, die gehen wir kurz durch und ich werde Ihnen zeigen, wo dort Trustmarks verwendet wurden. Wir sind gerade auf unserer eigenen Seite, da habe ich beispielsweise WIT als Produkt drauf. Ich gehe da mal durch, in diesem Bande drin erscheint dann auch Brother europaweit. Das ist eine Firma, die man kennt, Jobs.ca, sicher eine Firma, die man in der Schweiz kennt. Das heisst, diese Firma arbeitet für grössere Unternehmen, für bekannte Unternehmen. Ich bin also hier nicht der erste und einzige Kunde. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor, dass man das auf einer Webseite möglichst schnell erkennt. Ich bin hier bei MySwissChocolate, die haben beispielsweise dieses Schweizer Kreuz im Logo drin. Das ist für ausländische Besucher einer Webseite ein Trustmark. Hier bin ich bei Black Sox, die haben einen Test mitgemacht beim K-Tip und haben das Gütesiegel gut erhalten, das es sicher auch im Trustmark und schafft Vertrauen. Bei Zalando beispielsweise wird angezeigt, welche Marken bei Zalando vertrieben werden. Das heisst, diese Firmen hier drin, Diesel beispielsweise, vertraut Zalando, dass die eben diese Artikel sauber verkaufen. Auch ein Trustmark, den man so einsetzen kann. Bei einer anderen Firma, einer Werbeagentur aus Zürich, Hesskirch, Sutzer, Sutzer, da wird beispielsweise der Eschbacher im Verwaltungsrat gewählt. Das wird angezeigt, das heisst, Prominenter im Verwaltungsrat muss also irgendwas Anständiges sein. Das kann keine Hinterhof- oder Garagefirma sein. Und nach dem Schluss für Shops natürlich ganz wichtig, da die Gütesiegel. Zum einen das HTTPS oben im URL drin, das heisst, das Verschlüsselt ist ganz wichtig. Und hier oben noch dieses Gütesiegel, dass eben auch Transaktionen sauber und sicher durchgeführt werden. Also im Shop ganz speziell entscheidend. Das sind also mögliche Trustmarks für diese verschiedenen Websites, die ich jetzt gezeigt habe. Ganz wichtig, dass die integriert werden, dass die auf jeder Webseite drauf sind. Schauen Sie und überprüfen Sie mal selber, ob Sie das haben. Klar, bei einer riesen Firma mit einem bekannten Brand ist das ein bisschen weniger ein Thema als bei einer mittleren kleinen Firma, die man nicht einfach so kennt. Und da man eben noch schaut, ob es andere gibt, die dieser Firma auch vertraut haben. Würde mich interessieren, ob ihr das auch so seht. Wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Channel. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der Riener Morge und Sie haben Website-Marketing.ch geschaut.